Ich höre diese Geräusche an, früh, morgens, abends, egal wann ich schlafen gehe, ich höre mir diese Geräusche. Ich muss Geld machen und da reinstecken. Ich weiß auch nicht was, das ist wie eine Krankheit, Mann. Bei uns im Viertel wird immer gezockt. Dein Leben läuft ab wie beim Poker. Zuerst kommt der Small Blind. Das ist der Mindesteinsatz, den jeder zahlen muss. Dein Leben. Wo ist mein Geld lang, du Schwutz? Ja, Mann, du weißt dein Geld! Abwe! Du hast fünf verfickte Jahre weg. Berlin ist nicht mehr wie du kennst. Dein Bruder hat Schulden bei uns. Ich bin gestern erst rausgekommen. Wenn wir unser Geld nicht kriegen, machen wir deinen Bruder zu unseren Sklaven. Niemand macht meinen Bruder zum Sklaven. Du hast 50.000 Euro da gelassen. Was hast du gedacht, dass ich damit mache? Zur Bank laufen? Plötzlich war ich schwer. Ich hab Hader auf der Tasche. Ich wollte mehr als um dein kleiner Bruder. Ey, der Junge hat's schwer. Weißt du nicht, dass er ein Spieler ist? Wie kannst du diesem Penner so viel Geld geben? Sie wollten Mohammed ins Heim stecken, hat er mir gesagt. Mohammed Zagte liegt inzwischen bei meinem Vorgesetzten auf dem Tisch. Dieser Junge gehört in die Obhut einer Einrichtung. Niemand nimmt meinen Bruder von uns weg. Haben Sie das verstanden? Wollen Sie mir drohen? Doch den meisten reicht es nicht, was sie haben. Dann musst du erhöhen. Das nennt man Rays. Fünf Jahre habe ich auf dich gewartet. Doch nicht, dass ich so einen Drecksjob mache für fünf Euro die Stunde. Ich bin doch jetzt da. Du bist raus. Lass uns mal starten. Wir sind doch zusammen, A.B. Die mit der Kohle erhöhen gern, weil alle anderen dann mitziehen müssen. Und die, die nichts haben außer Hunger, sind immer gieriger. Wenn es regnet, ist es schon nass. Wenn es regnet, dann werden wir alle nass. Daniel, Bruder, das hier ist Knast. Diese Bäckerei ist mein Knast. Mein Vater schließt mich morgens ein und schließt abends wieder auf. Bruder, das ist Knast. Du konntest wenigstens deinen Schließer deren Mütter beleidigen. Welche Mutter soll ich beleidigen? Alles ist hier drinnen. Alles ist hier drinnen, Daniel. Wenn du ein unschlagbares Blatt bekommst, was hier nie passiert. Oder wenn du blufst, wie die meisten. Dann gibst du alles, was du noch hast. Aber erwarte nicht, dass dir jemand hilft. Hier zorgt jeder für sich allein. Was führst du? Familie. Familie. Und das Spielen hört nie auf.